Oh, der sieht wütend aus. So, Reed, wir müssen da mal über was reden. Nicht anzulügen, hat mir gar nicht gefallen. Ich bin hier wirklich... Hau doch nicht zu, wenn der zuschlägt. Das ist ja, got what you wanted and fucked off. Das ist ein mieser kleiner Wichser. Ist ja auch eine Treppe. So, ich höre mal ganz hinten durch. Ich bin hier. Ich muss sowieso durchrennen. So. Hat er alle Müll genommen oder hat er wenigstens alle zurückgelassen? Dann hat er sich verpiss. Ich glaube, ich hätte ihn wirklich als Arschler aufmachen würde. Er hat sich selber alle zurückgelassen. Reuben und Tisha just flew out of here. No warning? Nothing? Not a damn thing. Jimmy's trying to figure it out. People are harder than zombies. Don't let anybody in. What's happening, Jimmy? You fucking piece of shit. I know what you did. Deep breaths, fella. It's all in there. Reuben, Estet, Shatling, whatever the fuck that is, and your name. Over and over. You all started the outbreak. You're wrong. You're fucking psycho! Jimmy, he said my blood was the cure. Bruv, I'm not your enemy. I just wanted out of this L.A., like all of us. He killed my city. I should have put a bullet in him. No! Jimmy, sit down! How are we gonna know where he's gone? I know where he's gone. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Jimmy! What? Everyone's freaking out. We need you out here. All right. In a minute. What should I tell him? Jimmy, you've captivated audiences through nine seasons of lowbrow detective TV. Yeah. Yeah. I'm June Montana. Nine seasons on the badge. Nine fucking seasons! Hey! Shut your holes, you bitches! Jimmy Montana's in charge now! Right. Change of plan. Escape is everything. Emma Jones. Emma, it's Jacob. You copy? Hello? Did your doctor get you out? No. Is the short and depressing answer? New plan. I know where there's a helicopter. And I know a pilot. Huge fan of your work. You need to persuade him to fly us. Persuade him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creeps so you can fly out of here. Is that a fair assessment of our relationship? You just need to talk a nice, agoraphobic hermit into flying us out of L.A. Oh, that's splendid. We'd have more chance on a magic carpet. I bet they're already recasting Godspider. You are tragically missing, after all. That they are the wankers. Okay, I'll meet him. But no promises. The sewer raffle, near your house. Bring Sam, prepare for trouble. Can't wait. The truth over the truth. The truth over the truth. Andrea? Andrea? Ah, I need you to pack bags for Sam and I. Now we'll probably get a bit dirty but nothing too expensive. Oh, but I will need one special outfit, just nothing that will cream, okay? Oh, and I need you to pack some sandwiches. Sam? Sam, what do you want in your sandwiches? Astralian. Extra pickle. Astralian extra pickle for Sam. I'll take a beetroot hummus with ration walnut, gluten free of course. and I'm out. Pack your own. Pick your own food. Clean your own bed. I have had enough to heal with you. Andrea? Put that down. I'll keep your feet from the cover. Ow! Don't throw your shoe at me. Nice arm, Andrea. Oh, so, I got another juggler for you. Yeah, ow! They've got the cows all day. Ow! I got them all! Ow! Andrea? Leave him out! Jesus Christ! Oh, blast, Emmy! Ow! Come on, Sam. Ow! Holy bitch! Get back here, so I can eat you. Ow! 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 What the hell? What the hell? There. So, what are you doing? We need food, Jimmy. Tisha and that gang of ours have turned off nothing. People are starving. Go out and get some then. Who's stopping you? Ruben? Well, he ain't here no more. Meds too. I have patience. I can't just get up and leave whenever I'm running low on stock. Patience? You have one patient and he sleeps most of the day. Evie, free hands, go get Valencia some damn meds. Sounds like she needs him. Uh, I'm just here to say we're running a little low on wine. Oh, of course. Because that's all she ever does. Drink, drink, drink. I'm not catering for people who don't pull their weight around here. Catering? No one's eaten in days. Wine's the only main course on offer. And is she now helping? It's cool when I'm not helping me. Sure, it's right. Some people around here don't belong. If you're not willing to do the work, well, I expect others to do it for you though. So your plan is what? Start kicking out people who don't belong? If it means more food and less mouse to feed, I wouldn't be against it. Wow. And I thought the monsters were out there. Tja, Eva, you're very good for arse, ne? I'm starting to miss the old Eva. The one who wasn't set on being a hero and fixing the whole damn world from our laptop. There's something going on. Ruben's involved. If I can find out how he was getting around the blackout, I might be able to call for help. Lover fuck it. Heh. Wait. Have you? Have you eaten? So what if I have? You found food out there and you didn't bring any back? Not even for me? I had to run like hell to get back here. Carrying my laptop was bad enough. In my middle one, I'm Judy Montana and I'm not scared of anyone. So, I'm going to take the thing here. So, I have here. Here I have it. In my middle full. Hey, how can I go in my middle full? What? Werden gar nicht angezeigt. Hey, die Feuerachse kannst du haben. Tommy Schwert ist verstümmensbehaltig. Die Breithacke hier. Kannst du auch haben. Base will ich auch behalten. Offizierschwert hier. Schrotflinte hier. Ach, die Clown kannst du auch haben. Komm, hier, nimm. Was ist eigentlich mit dem einen Kollegen? Mit seinem Ärmchen da? Schaut er da immer da oben? Hey, 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 What the fuck? What the hell? Der chillt einfach mit seinem Arm. Dieser verfickten Wichser. Am Pia haben wir eine Cress verfügbar. Ja, komm. Bitte nicht zu einem Mänder. Ich glaube, hier ist kein Nerv für. Ach, vielleicht die eine, die wollte das zum Pia oder nicht? Die Reporterin da. Boah. Was hast du denn so? Kaderman, für die, für die Sterne bin Kaderman. Glaub mir, reines Tages, hol ich mich da raus. Hm. Was haben die da für eine Mod drauf? Er wird die Kraft präzieren, schon wenn du in einen schneller Abfall kritisch treffen kannst, hältst du einen kleinen kritisch Schaden, trifft er Boost. Ach, guck mal her, die Dinger brauchen wir nicht. So, aber was willst du? Du bist einer dieser verrückten Typen, die wirklich Spaß macht, zu gehen, nicht wahr? Gut. Ich glaube, ich weiß, wo wir ein Boot finden können. Gut, gut. Du sagst. Ich war hier draußen, als ich gesehen habe, das Papierwerk, von der Böden von der Böden von der Böden von der Böden. Durant der Böden, nur noch nicht. Es scheint zu spätisch. Warum haben sie ihre eigene Boot, wenn sie auf etwas zu tun haben? Mabes, ja. Mabes, ja. Wie würde es uns helfen, denn? Weil ich nicht finden, dass das Boot verliefst. Ich fühle es in meinen Böden. Das Boot ist noch auf dieser Böden. Und wenn du folgst das Papierreil, kannst du ihn finden. Böden, fühlen die Dinge in deinen Böden, ist nicht alles, wie es zu spätisch sein kann. Puh! Du Kinder, verletzst nicht so schnell. Wenn es kein Boot gibt, kein Boot gibt. Aber wenn es noch auf dieser Böden ist, können wir aus der Böden gehen. Alles gut für ein Mal. Ich werde es nachdenken. Danke. Oh ja, es ist Faux-time! Bestie, wenn wir auf der motherfuckin' boat werden wir den Möchtest-Bass-Bass-Insein-Bich-In-Escape-Video-Ever! Fuck yeah! Na best? Dios mio! Hallo Computer! Uh, Constant? Autophage, autophagic, or autophagy. Noun, biological, self-eating, devouring, consuming, feeding on. From the Greek roots meaning self and devour. Also autophagia, noun, physiology, controlled digestion of damaged organelles. Okay, 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 okay. So, verteilt hab ich jetzt auch nicht. Äh... Rote Flut. Hier? Da unten. Ähm, tu da mal bitte. Hier hin. Die sehen sick aus, die Dinger, ne? Ping, 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 ping. So, hier das Ding eines um die Ohren hauen. Einfach weil's kann. Ja, genau. Hey, hey. Geht es euch noch gut? Oh, nein! Oh, oh! Hier, nehmt das Blut und verrasst euch daran. Labt euch daran! Um! Ah, kriegst einen zur Schnurz. Ah, ah! Ich dachte, lässt was drum, was ich gebrauchen könnte. Oh, der dicken Au-Au-Au halt aufs Schnauze. Das ist einfach weil die... Es kann! Ich will es ja nicht anders. Aua! Hier soll irgendwo ein Boot sein. Oder... Hinweiser auf dem Boot, oder... Oh, no! Mein Gewehr, da. So. Ja. Ha! Wie denn sind denn hier? Uah! Uah! Hier! Boom! Ja, genau! So, alles einsammeln mit den Verrückenden. Es scheint aber Convert auch... doch nicht so... vielleicht... doch nicht so... böse zu sein, wie es scheint, ne? Ich will mich da aber noch nicht festlegen. Ich will mich da aber noch nicht festlegen. Ne. Oh Gott. Oh. Eine Art Heist. Dieser Cooper wollte etwas aus der Quarantin-Zone. Zahltag. Zeit, die Bege zu machen. Meine Zukunft beinhaltet nicht an irgendwelchen... an irgendeinem Strand in El zu verrecken. Eher in einem französischen Chateau oder in einem Penthouse in Singapur zu chillen. Sehe ich genauso, Coop. Ich habe mich nicht verpflichtet, um Monster-Futter zu werden. Aber ich weiß echt nicht, wie dieser Plan funktionieren soll. Die MP lässt uns ja einfach nicht hier rausspazieren. Deshalb brauchen wir eine Ablenkung. Ein Fuchs im Hühnerstall. Stell dir mal vor, jemand bei der Körperkontrolle leistet sich eine Fehleinschätzung. Und vergisst einen Zombie zu keulen, bevor er ihn eintütet. Das wird ein riesen Spaß, wenn sie ihn aufschneiden wollen. Haha. Spaß für wen? Irgendein Dock kriegt das Gesicht abgerissen. Wir oder die Kumpel? Wenn du nicht beim Boot bist, fahren wir ohne dich. Wirklich? Hm. Cooper hatte einen Wachdienst für die Kuppel. Hier ist Cooper im Wachdienst für die Kuppel. Wir haben vorhin gesprochen, Dr. Huan. Äh, Huan. Dr. Huan. Ja, das ist korrekt. Das brauchen sie. Okay. Ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, worüber wir gesprochen haben. Haben Sie immer noch Angst? Wollen wir hier raus? Natürlich. Jeder Tag, den wir hier bleiben, ist Selbstmord. Wir haben diese Dinge doch gesehen. Wir kriegen hier draußen niemals in eine Heilmitte hin. Wir wissen ja immer noch kaum, was sie alles können. Ich stimme ihnen zu. Daher habe ich ein paar meiner Kontakte bemüht und glaube, dass ich etwas für sie tun kann. Ich kann sie bis morgen hier rausbringen. Ist das Ihr Ernst? So schnell? Sicher. Ich muss nur ein paar Dinge mit meinen Vorgesetzten besprechen, aber sie dürfen niemanden davon erzählen. Ihre Kollegen gefällt es vielleicht nicht, dass sie eine Sonderbehandlung erhalten. Das verstehe ich. Nur eine Sache noch. Sie müssen zum Ausgleich etwas für mich tun. Im Sicherheitslager befindet sich ein Objekt, das sie für mich beschaffen müssen. Es wird nicht einfach sein. Nichts an dieser ganzen Sache ist einfach Doc. Entweder das oder sie kommen nicht mit nach Hause. Ihre Entscheidung. Ein Sicherheitslager, hm? Also, Cooper changed die Pfing-Schiff-Schiff-Schiff-Schiff-Schiff bett, um, zu der CDC-Gaard-Rotor zu sein. Cooper war mit Dr. Huang. Der Haupt дом ist der happen. Um. Tapeten weg. Cooper, wie ich höre, wollen Sie Ihren Wachdienst tauschen. Ist das richtig? Ist es so. Ich habe gehört, ein paar von den Jungs brauchen mal eine Pause von dem großen, dicken Dienst. Was führen Sie im Schilde, Cooper? Es passt nicht zu Ihnen, um sich um mehr Arbeit zu bemühen. Ups, sorry. Gar nichts, Sir. Das ist rein dienstlich. Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen und ich kann mehr als den ganzen Tag Laster rein und raus schicken. Jetzt werden Sie mal nicht ordentlich. Ich nehme Sie beim Wort. Shaw hatte einen Zusammenbruch, nachdem er ein paar der Experimente gesehen hatte. Das ist jetzt Ihr Problem. Morgen 11 Uhr in der Hauptgruppe. Sie werden dem Doktor bei zusehen, wie er die aufgeblähte Leiche zerschnipselt und darauf achtet, dass sich niemand totstellt. Und glauben Sie ja nicht, dass sich da drin irgendein Ding abziehen können? Was für ein Ding denn? Bei Ihnen muss man immer auf der Hut sein, wenn Sie in der Nähe sind. Ich bin nur ein Opfer der Umstände. Habe ich jetzt Ihre Erlaubnis schlafen zu gehen, Sir? Oder trauen Sie mir auch nicht, dass ich meine Augen geschlossen halte? Weggetreten. Flugscheißer. So, den weiß ich einfach aus. Auf den habe ich gar keine Lust. So, ich dachte, das wäre ein Energiegetränk. Oh, shit. Fuck! Ruhe, in Frieden. Motherfucker. Die Karte habe ich ja noch, ne? Hehehe. Ich denke, Sie haben lange überlebt Ihr Willkommen, Arschluss. Ihr Wimmel ist noch ein Schlacht an. Holy Jesus Christ! All diese braven Doktor, sind wir endlich verabschiedet. Ähm. Tags Exemplar bewusst am Leben erhalten. Wird aufwachen. Vollständige Evakuierung veranlassen. Sagen Sie, der Security ist zwar Cooper. Er ist mit der Ausrüstung und Proben auf der Flucht. Hat ein Boot zwischen hier und dem Pier. Ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Hoa. Haben Sie Cooper rechtzeitig erwischt? Suche am Strand nach seinem Boot. Wird hier aufgeräumt? Er war doch letztens noch alles vor der Blut und Leichen. So sah das doch mit dem letzten Mal aus. Aber hier sieht es auch aufgeräumter aus. Bisschen Angst hier. Hinter jeder Ecke lauert der Tod. Die Geräusche, ja? Die Behälter sind OP, Alter. Da krieg ich richtig gute Materialien raus. Nein, das Boot. Das Boot. Nein. Nein. Herr Damm. Herr Damm. Hast du ein Problem? Mach dich weg, du Pfeife. Cooper, bist du was? Ja, genau. Ruhig nur jetzt. Oh, ich muss hier den ganzen Strand absuchen. Vielleicht steht er runter irgendwo. Da ist ein Boot. Verdammt. Das sieht nicht gut aus. Ja, schweiner. Ja, schweiner. Ruhig, bo. Unfortunately. This ain't saving no one nowhere. Maybe the merch is door here. Versichert die Kiste durchsuchen. Mach ich. Was passiert denn hier, Alter? Egal. Ich dreh mich nicht um. Ähm. Ja, okay. Wovon hab ich denn jetzt? Jetzt reiß mir aber hier mit dem. Ja, man muss ja auch mal gut sein. Mann. Hast du nix besseres zu tun? Hau ab, du Pfeife. Du auch. So, aussehen mit dem Generator. Jetzt mal. Meine Güte. Maschinenpistole ist trotz des. Oh, er ist immer noch am. Und plötzlich, ich hab das Ding noch ausgeschaltet. War schön hier mit dem Wetter. Wer ist er denn? Welche Flur? Was soll ich aufhalten? Ich verstehe nicht. Die Zombies kennen oder was? Verdammt. Ich hatte Sprayl erwischt. Ich hatte Sprayl erwischt. Ja, war dann der richtig guten. Was soll ich jetzt hier mit dem Wetter kommen? Wollen sie jetzt alle killen oder was? Was ist das hier? Ich verstehe es gar nicht. Ah, da ist Cooper. Alter. Holy shit. Nein. What the hell? The fuck? Wollte einfach untergeschoben von dem Pleb. Mann, den Generator hab ich da ausgestellt. Wieso? Krieg ich hier immer noch Stromschläge? Aber absolut dickes Wesen. Oh, Cooper. Oh, Cooper. Ah. So. Oh. Wieder an, das Ding. Aua. Danke fürs Klettern. Danke fürs Klettern. Oh, ist das hell. Oh. Kannst du ein bisschen Brot sein da. In der Blitze. Was ist denn dein Brot? Der hat doch meine Schnauze da hinten. Oh, wie der Lekko geht. Oh. Na? Ist ja immer noch nicht tot. Hör doch meine Schnauze da hinten. Der hat den ganzen Brot sein. Der hat den ganzen Brot sein. Wir haben richtig im Moment. Tak. Nee, 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 nee. Oh. Oh, ja, das macht mir die Kupfer. Das ist eine Stadt. Das ist eine Stadt. Sie hält auf jeden Fall so schwer wie sie kann. Ich habe das nicht gehört. Oh. Oh, Platz. Oh. Man, Cooper hat nicht mal mit fallen gelassen Geiziger Cooper ey Ist der tot da hinten? Ja ne? Komm her True, we will have to keep trying We can all learn to be a bit more like you Hm, me is not all I'm cracked up to be Stufe 27, let's go Und neue Karte Äh, bringe sie ins Schwitzen, Grundangriff Grundf... äh, so Grundfundangriffe entflammen Zombies, aber sie entziehen dir auch Gesundheit Brauch ich jetzt nicht Rote Flut abgeschlossen Wir haben eine Uzi bekommen, ne? Lille Uzi Hey, was war das? Da muss ich hier rennen Ja, du rennst gar nicht mehr, mein Freund So, ganz cool Brutschen, eww Bruts Boom Boom Putz hier das Hausmeisterhäuschen Da vorne Das Hausmeisterhäuschen, das Bademeisterhäuschen, mein ich Brutschen Putz Hehehe Lecker ist, ne? Putz Lecker ist, ne? Putz Hallo Ja, genau Dreck mich einfach hier nach hinten Pisser Hupz Hehehe Oh, jetzt hat er sich umgedreht, deswegen Alter, die Sonnenbrille sah aus, er hat die rote leuchtene Augen Gecker, was ist das ein Zombie So, zack, dump'n'run So, ich würde schon sagen, ein Männer ist verschwunden Gut Gut Haben wir einiges heute geschafft, ne? Ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge mal nach Sam B und Emma, beziehungsweise begeben uns dann Ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Folge, was uns da erwartet mit Sam B und Emma Genau Couscous Cousin, was ihr eingeschaltet habt, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr mehr sehen wollt, nichts verpassen wollt, sub gerne Tschüss Leute Abonniert Couscous Cousin, alles machen das alles gratis, haut rein, bis zur nächsten Folge, tschüss Tschüss